Herzlich willkommen im ersten von zwei Teilen des Lehrfilms Verformungsverhalten von Metallen und Kunststoffen. Um das Verformungsverhalten von Metallen und Kunststoffen verstehen zu können, untersuchen wir folgende Fragen. Was sind Metalle? Und warum lassen sie sich so gut verformen? Was versteht man unter elastischer Verformung? Was versteht man unter plastischer Verformung? Im zweiten Teil geht es um die Fragen, was sind Kunststoffe? Wie gut lassen sich Kunststoffe verformen? Und wir gliedern die Kunststoffe auf in, was sind Thermoplaste, was sind Duroplaste, was sind Elastomere? Das Verformungsverhalten von Metallen und Kunststoffen ist sehr unterschiedlich. Dies bedingt sich durch den unterschiedlichen inneren Aufbau der beiden Werkstoffe. Was sind Metalle? Stoffe werden als Metalle bezeichnet, wenn sie folgende charakteristische Stoffeigenschaften aufweisen. Elektrische Leitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit, einen metallischen Glanz und sie lassen sich plastisch, also dauerhaft verformen. Metalle lassen sich grob in Nicht-Eisenmetalle und Eisenmetalle unterscheiden. Anhand des Periodensystems der Elemente werden Beispiele für Nicht-Eisenmetalle anschaulich wie Aluminium, Zink, Nickel oder Kupfer. Eisenmetalle haben einen Anteil an Eisen von über 50%. Ein typisches Beispiel für Eisenmetalle ist Baustahl. Warum lassen sich Metalle gut verformen? Um das Verformungsverhalten von Metallen zu verstehen, muss man sich die innere Struktur, also ihren inneren symmetrischen Aufbau und die Bindungsart genauer anschauen. Am einfachsten lässt sich die Struktur anhand seines Idealkristallinaufbaus erläutern. Demnach hat ein Metallatom nach dem bekannten Borschen Atommodell einen positiv geladenen Atomkern, der aus positiv geladenen Protonen aufgebaut ist. Seine Hülle besteht aus beweglichen, negativ geladenen Elektronen, die in regelmäßigen Abstand vom Atomkern angeordnet sind. Gehen Metallatome Metallbindungen ein, entsteht ein kristalliner Aufbau. Das heißt, es entsteht ein regelmäßiges Atomgitter, in dem die positiv geladenen Metallkationen feste Plätze einnehmen. Im Zwischenraum dieser positiv geladenen Atomrömpfe befinden sich bewegliche Elektronen. Die sich bewegenden Elektronen werden auch Elektronengas genannt. Da sich gegensätzliche Ladungen anziehen, herrscht zwischen dem negativ geladenen Elektronengas und dem positiv geladenen Metallkationen eine große Anziehungskraft. Die Metallkationen werden sozusagen durch die Elektronenwolke auf ihren Plätzen gehalten. Somit entsteht ein stabiles Gitter, welches die Ursache für die gute Festigkeit eines Metalls ist. Die Anordnung der Metallkationen ist charakteristisch für jedes Metall und macht ihre regelmäßige Gitterstruktur aus. Somit die einfache Beschreibung eines Idealkristalls. Ein realer kristalliner Aufbau von Metallen ist jedoch nicht nur durch Atomkerne und Elektronen, sondern vor allem durch eine Vielzahl verschiedener Gitterfehler zu beschreiben. Zu diesen zählen Versetzungen, Leerstellen, Fremdatome, Phasengrenzen, Korngrenzen und andere Gitterfehler. Näheres könnt ihr in den Filmen zu den Gitterfehlern erfahren. Diese Gitterfehler nehmen maßgeblich Einfluss auf die Werkstoffeigenschaften. Die für die plastische Verformung wichtigen Versetzungen werden später auch in diesem Film erläutert, aber zunächst einmal zur elastischen Verformung. Elastische Verformung Zur Vorstellung der inneren Vorgänge bei der elastischen, also reversiblen Verformung, ist die Höhe der Bindungsenergie entscheidend. Die Bindung zwischen den einzelnen Atomen kann zur besseren Veranschaulichung wie eine Feder beschrieben werden, die bei Krafteinwirkung auseinandergezogen wird. Je nach Federstärke bedingt die Rückstellkraft, im Falle der Metalle ist es die Höhe der Bindungsenergie, dass die Atome mit dem Nachlassen der Kraft wieder in ihren Ausgangszustand zurückkehren. Bei der elastischen Verformung werden also Gitterabstände kurzzeitig vergrößert, aber die Gitterstruktur selbst nicht geändert. Plastische Verformung Die plastische, also irreversible Verformung eines Metalls kann man nach außen hin sehr schnell sehen. Die komplizierten inneren Vorgänge werden mit dem sogenannten Plastizitätsmodell, auch Versetzungstheorie genannt, beschrieben. Will man ein Metall plastisch verformen, so wird der regelmäßige Aufbau des Gitters durch eine von außen einwirkende Kraft, zum Beispiel Biegen oder Ziehen, gestört. Durch diese Verformung werden zusätzliche linienförmige Gitterfehler, die sogenannten Versetzungen, erzeugt. Ein linienförmiger Gitterfehler besteht aus linear angeordneten Atomen, die wie eine zusätzliche eingeschobene Halbebene im Gitter betrachtet werden kann. Wird ein Werkstück nun verformt, bewegen sich diese Versetzungen auf bestimmten Gitterebenen durch das Gitter hindurch. Plastische Verformung ist also ein vielfaches Versetzungsgleiten auf dichtestgepackten Ebenen, den sogenannten Gleitebenen. Vor der Versetzung werden jeweils einzelne Bindungen in der Gleitebene gelöst und hinter dieser wieder neu gebildet. So schiebt sich eine Versetzung als Stufe oder Schraube kontinuierlich durch das Gitter und das Metall erfährt eine äußerlich sichtbare plastische Verformung. Eine genauere Beschreibung dieses Vorgangs findet ihr im Lehrfilm Plastische Verformung. Da die Elektronen sich frei um die Atome bewegen, wird die Gitterstruktur auch nach einer Belastung beibehalten. Auch nach dem Auftreten von beispielsweise einer Versetzung besteht weiterhin der innere Zusammenhalt von Elektronengas und Proton. So kommt es auch nach der plastischen, dauerhaften Verformung eines Metalls zu keinem Bruch. Erst nachdem die Zugfestigkeit des Metalls erreicht wurde und seine Trennfestigkeit überschritten wird, bricht es. Zusammenfassung Zusammengefasst lässt sich sagen, dass eine Verformung von Metallen aufgrund einer äußeren Krafteinwirkung zwei Auswirkungen haben kann. Die elastische temporäre Verformung, bei der kurzzeitig die Gitterabstände der Atome und Atomlagen geändert werden. Dabei hängt die Rückstellkraft von der Höhe der Bindungsenergie ab. Je höher die Bindungsenergie eines Metalls ist, desto steifer ist es und desto mehr Kraft muss für die plastische Verformung aufgewendet werden. Die zweite Auswirkung einer äußeren Krafteinwirkung auf Metalle ist die plastische, dauerhafte Verformung, die durch Versetzungsgleiten entsteht. Dabei werden zwar Atomlagen umgeordnet, die Gitterstruktur jedoch beibehalten. Kunststoffe hingegen verformen sich auf eine andere Art und Weise. Dabei bestimmt auch ihr innerer Aufbau, das heißt die Bindung der Kohlenwasserstoffketten, das Verformungsverhalten. Wichtig dabei ist die Verknüpfung der Ketten untereinander. Während die plastische Verformung auf der Verschiebung dieser Ketten beruht, wird die elastische Verformung durch die sogenannte Entropieelastizität bestimmt. Dieses wird aber genau in unserem zweiten Video erklärt.